Ich komme nochmal auf diesen ersten Punkt zurück, den ich tatsächlich sehr interessant finde, ist einfach diese individuelle Reflexion über die Stärken und Schwächen, weil ich denke, das ist so eine Riesenherausforderung, wo ich sagen würde, dass zumindest wir beide sind relativ gut drin, weil wir einfach viel darüber reflektiert haben, eben auch in der Coaching-Arbeit damals. Aber es ist trotzdem eine konstante Arbeit, sich nochmal bewusst zu machen, ob es denn noch so ist, beziehungsweise dass man einfach diesem Prozess mitgeht und ich weiß nicht, wie viele Menschen das tatsächlich aktiv sich damit auseinandersetzen, weil wie wir quasi das eingeleitet haben, das Thema ist, das klingt halt sehr einfach, dann zu sagen, ja, man hat ein Team und dann nimmt man einfach die Sachen, die die gut können und gerne machen, dann teile ich das so ein. Und dort, wenn jemand eine Schwäche hat oder das eigentlich gar nicht machen möchte, weil vielleicht auch die Talente nicht da sind, dann teile ich dort jemanden anderen ein. Aber das bedeutet ja, dass ich auf der individuellen Ebene, müssen die Menschen das ja dann wissen überhaupt, was sie gerne machen, was sie gut können und was sie schlecht können. Und das ist, finde ich, eine Riesenherausforderung. Es ist unheimlich schwer, das wirklich rüber zu bringen. Oder in die Frage, wie leite ich das vielleicht als Führungskraft auch an, dass man dem näher kommt. Und das ist, finde ich, eine Riesenherausforderung.